Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte und heute auch bei reicher und stark. Wir machen heute eine total interessante Sendung, Bernhard Reicher und ich. Es geht um das Thema Metaphysik der Angst oder man könnte auch spaßeshalber den Titel vielleicht ein bisschen umstellen, Angst vor Metaphysik. Ja und wenn ihr euch fragt, was ist denn das für ein Thema, wie hängt das zusammen, dann möchte ich euch mal ein bisschen einführen, wie Bernhard und ich auf diese Idee gekommen sind, so eine Sendung zu machen. Es ist so, dass Angst ein elementares Grundgefühl ist, dass niemandem von uns fremd ist und oft ist Angst, weil sie ja eben halt auch meistens unangenehm ist, negativ besetzt. Und trotzdem ist Angst aber auch etwas, was auf dem, sagen wir mal spirituellen Pfad, religiösen Pfad oder magischen Pfad irgendwo dazugehört. So ein Phänomen, ein Gefühlszustand, ohne den man gar nicht auskommt. Und wir wollten das näher ergründen, welche Metaphysik eigentlich der Angst zugrunde liegt. Wie ist die Angst mit der geistigen Welt, mit der metaphysischen Welt verknüpft und was sagt sie uns einfach? Und da wollen wir heute mal niveauvoll uns drüber unterhalten. Und bevor ich jetzt hier diese Einleitung zu sehr in die Länge ziehe, hallo Bernhard, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung, Schatz. Ja, super. Vielleicht können wir nochmal so vorweg mal darüber sprechen, wie ist Angst eigentlich definiert? Also Angst, das deutsche Wort Angst kommt wohl, ich habe sie mal rausgesucht, von dem lateinischen angustus, was so viel wie enge Beengung oder Bedrängnis bedeutet. Und in der Psychologie definiert man Angst als Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfunden Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Also es gibt auch unlustbetonte Erregungen, wobei es dann auch wieder den Sonderfall des sogenannten Thrills gibt. Es gibt ja auch das Genre Thriller als Filme oder Literatur und dort wird dann eben die Angst doch als etwas Lustvolles empfunden. Das mal so vorweg irgendwie so in den Raum gestellt, mal die Standarddefinition. Aber wir wollen uns dem ja mehr über diese metaphysische Schiene nähern und vielleicht steige ich mal ein mit der Frage an dich, Bernhard. Du beschäftigst dich ja eben mit Magie und speziell mit Mythomagie seit langer Zeit. Was ist Angst für dich oder welche Rolle spielt Angst in dieser magischen Arbeit, wie du sie betreibst und verstehst? Es ist eine Reaktion auf etwas, das als Bedrohung empfunden wird, wobei die Bedrohung nicht notwendigerweise echt sein muss. Das kann auch etwas sein, vor dem wir uns fürchten, weil wir entsprechend konditioniert wurden oder weil wir es einfach noch nicht wirklich kennengelernt haben. Es kann eine tatsächliche Bedrohung sein. Das ist schwer auseinanderzuhalten. Im Zweifelsfall würde ich da immer auch sagen, hör auf deine Angst, wenn sie auftaucht. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo sie einfach nicht gerechtfertigt ist. Wo man merkt, da steckt etwas dahinter. Und mein Lieblingsbegriff, um das Übernatürliche, das echt, authentisch, weirde zu beschreiben, ist das Numinose. Das ist ein Wort, das von Rudolf Otto eingeführt wurde, einem Religionswissenschaftler. Der hat das gebraucht, um eine Begegnung mit dem Heiligen zu beschreiben. Und das Numinose definiert sich dadurch, dass es sowohl anziehend ist, schön, faszinierend, als auch furchterregend und erschreckend. Es ist beides gleichzeitig. Das heißt, eine echte, authentische Begegnung mit etwas göttlichem, heiligem, okkultem, was auch immer, zeichnet sich dadurch aus, dass wir es als unglaublich groß, schön und ehrfurchtgebietend und erschreckend empfinden. Beides gleichzeitig. Rudolf Otto nannte es das Mysterium Tremendum et Faszinosum. Beides gleichzeitig. Das ist etwas, wenn ich eben in der Magie Kontakt habe mit etwas Andersweltlichem, dann ist das das Kriterium für mich. Wenn es einfach nur schön ist, dann gehe ich mal davon aus, das ist eine Projektion, da sehe ich mir etwas durch die rosa-rote Brille an. Was Echtes ist beides gleichzeitig. Und das haltet unser System schwer aus, weil es so eine extreme Ambivalenz ist. Ja, ich finde es schön, dass du Rudolf Otto ansprichst. Der war, gilt als Klassiker in der Religionswissenschaft. Der hat 1917 so sein Hauptwerk verfasst. Das nennt sich auch das Heilige. Und aus diesem Buch stammen halt auch eben diese Geschichten mit dem Mysterium Tremendum und Mysterium Faszinosum. Und er ist so dieser Frage eben nachgegangen, wie praktisch mystische Erfahrungen oder Gotteserfahrungen, wie die beschaffen sind und ist dann eben auf genau diese Sachverhalte gekommen. Mysterium Tremendum bedeutet ja auch, übersetzt ungefähr so viel wie schauervolles Geheimnis. Also man nimmt dieses Geheimnis wahr, man erlebt es und dann löst es eben, ja, in einem gewissen Sinne Angst aus. Also die gehört auch dazu. Die Begrifflichkeiten sind natürlich sehr abstrakt und schwierig zu fassen. Das Mysterium, das Numinose, das Heilige. Es ist auch interessant, weil das Wort heilig, worauf er da Bezug nimmt, das kommt sprach, sprachgeschichtlich ist das Wort heilig mit Heil verwandt. Heil im Sinne von Heil im Sinne der Ganzheit. Etwas, was noch nicht zerbrochen ist. Das Heilige ist das Ganze, so wie im Englisch noch holy und the whole. Es ist dort sehr ähnlich. Das heißt, es muss alles beinhalten. Eben auch das Furchterregende, das Erschütternde. Eben das auch. Und demgegenüber könnte man auch das Dämonische stellen. Es gibt auch so Definitionen, wo das Dämonische mit dem Teilenden oder Scheidenden verbunden wird. Ohne das jetzt im Sinne von Gut und Böse werten zu wollen. Aber da tun sich dann eigentlich ganz interessante Welten auf, weil wir uns in metaphysischen und begrifflichen Ebenen bewegen, die kaum noch zu fassen sind. Und doch lassen sich dort so feine Definitionen durchführen. Also das ist eigentlich das, was dann an Philosophie und Religionswissenschaft, finde ich, irgendwie Spaß macht, wenn man die Begrifflichkeiten sauber definiert und wie mit Werkzeugen, mit denen arbeitet und auf einmal dieser mysteriöse geistige Raum immer greifbarer und erfahrbarer wird, auch über diesen Weg. Total. Und genau da ist Etymologie so spannend für mich auch. Wie du sagst, das Trennende ist griechisch auch Diabalein, Auseinanderwerfen. Der Diabolos ist der Auseinanderwerfer, der Zerteiler. Genau. Ich habe es hier mal rausgesucht. Also das Wort Dämon kommt aus dem griechischen Daimon, was dann so grob so viel wie Schicksalsmacht bedeutet. Aber da gibt es dann auch noch eben etymologisch die Geschichte, dass man das auf das Wort Däistei zurückführt, was so viel bedeutet wie Zerteilen, Verteilen, Geteiltwerden. Und da haben wir eben dann diese Verbindung, dass das Dämonische irgendwo das Teilende ist, während eben das Heilige das Ganze allumfassende ist. Ich meine, wir haben ja auch diesen Begriff holistisch. Ich weiß nicht, ob er mit whole oder heilig verwandt ist. Ich vermute es aber fast schon, weil er ja auch auf eine ähnliche Bedeutung abzielt. Und das ist aber interessant jetzt ja wiederum an dem, was Rudolf Otto beschreibt, dass eben die Erfahrung des Heiligen, also des Ganzen, die Angst auslöst. Wir würden ja eher vermuten, es wäre die Erfahrung des Dämonischen, des Teilenden, welches mit diesem Erschauern zusammenhängt. Sollte man meinen, weil aber eben unser Verstand, der teilt ja auch sehr gerne und wertet und schubladisiert. Aber das ist ja schon dieses Teilen und Unterscheiden. Und das ist nötig in unserer Welt, weil in einer polaren Welt, in der wir nur Erfahrungen machen können durch Kontraste. Ist ja auch interessant, in der Psychoanalyse ist ja auch einer der Abwehrmechanismen des Ich, so wie Freud sie definierte, die Rationalisierung. Und wie du es schon gesagt hast, unsere Ratio, unser Verstand teilt, ordnet in Schubladen ein. Wenn man unsere Gespräche vielleicht auf die Spitze treiben will, könnte man ja sagen, unser Verstand hat was Dämonisches. Aber er dient eben halt auch zur Angstbewältigung. Und das macht es ja eigentlich spannend. Also die Erfahrung des Ganzen ist eigentlich das, was uns erschauern lässt, was diese Angst auslöst. Und der Verstand, der ist dann zergliedert und zerteilt als dämonisches Werkzeug, ist angstbewältigend, trennt uns dann aber auch wieder von dieser Ganzheitserfahrung. Nimmt uns die Angst und durchtrennt aber auch irgendwo die Nabelschnur. Mir hat mal ein orthodoxer Priester einen sehr interessanten Satz gesagt, weil ich ihn gefragt habe, was seiner Meinung nach Sünde sei. Dann sagt er, Sünde ist all das, was uns von Gott trennt. Insofern wäre dann auch unser zerteilender, dämonisch arbeitender Verstand sündig. Denn er trennt uns über die Angstbewältigung wieder von dieser Heiligkeits- und Ganzheitserfahrung. Und ja, ich glaube, liebe Zuschauer, ihr merkt auch schon, dass das Ganze ist irgendwie interessant auf den ersten Blick verworren. Und dann hat es doch so einen roten Faden, mit dem man arbeiten kann. Und es lässt sich erfahren. Das ist das Spannende. Also wir könnten da jetzt trefflich philosophieren drüber. Ich habe das mal in einer Gruppe von sehr erfahrenen Aufstellern tatsächlich verkörpert. Also wer Aufstellungsarbeit kennt, man kann ja nicht nur Familienmitglieder darstellen, sondern auch abstrakte Prinzipien oder so. Und ich hatte mal die Gelegenheit, das Heilige zu verkörpern tatsächlich. Und die Erfahrung war unglaublich, weil es genau das war, über das wir hier sprechen. Ich bin wirklich ganz lang gezogen dagestanden, so wirklich den einen Arm raufgestreckt, den anderen runter. Das war so ein wie oben, so unten irgendwie. War riesig groß. Und die Freundin, die mich gebeten hat, für sie das Heilige zu verkörpern, konnte mich zuerst irgendwie gar nicht begreifen. Er hat gesagt, bist du noch was anderes? Bist du echt? Hat sie gemeint. Genau. Ich bin dann auch so dagestanden. Das hatte auch was ein bisschen von so einem Gekreuzigten. Und hat sie gemeint, kannst du auch noch anders sein? Und dann bin ich wirklich zusammengesunken, so in Embryo-Haltung und habe das erste Mal etwas gesagt. Ich bin riesig groß und winzig klein. Beides gleichzeitig. Oben so ein Makron-Mikrokosmos. Ja, und ich bin nicht fassbar, aber erlebbar. Das war wirklich alles in sich verbunden. Und sie musste dann auch Projektionen abziehen, die da liefen, von irgendwelchen Kindheitserinnerungen, wie das Heilige zu sein hätte. Und konnte dann diese Größe erkennen. Und genau das hat sie erschauen lassen, dass das Heilige eben so schwer fassbar ist. Dass es eben nicht dieses, ha, wie schön, alles nett, sondern es so allumfassend ist. Das ist etwas Transpersonales, um mit Grof zu sprechen. Und das übersteigt unser, ja eben, polares Denken. Das Faszinierende war dann, als sie selber in die Rolle reingewechselt ist, hat ihr Gesicht einen Ausdruck angenommen, der für mich auch fast gruselig war, weil ihre Augen wirklich so in die Unendlichkeit gerichtet waren dann. Und die hatten nichts Menschliches mehr. Das war ein, das hatte etwas Ikonenhaftes. So wie Ikonen dargestellt werden auch. Das ist zwar ein menschlicher Körper noch, aber dahinter, also da scheint etwas durch, dass das Menschliche bei Weitem übersteigt. Und das war wirklich dieses Menschliche und Göttliche in einem. Irdisch und jenseitig in einem. Schön und schrecklich in einem. Und die, also, dass man das tatsächlich erfahren kann, das hat mich wieder mal verblüfft bei dieser Aufstellungsarbeit. Und ich habe ihr Gesicht immer noch vor Augen. Die war so, entrückt ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck, oder auf Englisch, raptured. Raptured, nicht raped. Ja, wichtig. Es ist ein, ja, eben mit dem Verstand nicht mehr beschreibbar, das Phänomen, aber körperlich erlebbar. Weil du hast ja, genau, erlebbar. Dieses Wort erlebbar, das bringt mich eigentlich zu dem richtigen Punkt, weil wir haben jetzt über Rudolf Otto gesprochen, Klassiker der Religionswissenschaft. Und wer auch ein Klassiker der Religionswissenschaft ist, ist ein direkter Schüler von Rudolf Otto, Gustav Mentsching. Und Gustav Mentsching hat auch eine Definition der Religion oder des Gotteserlebens geliefert. Und das ist meine persönliche Lieblingsdefinition. Deshalb gehört es zu den wenigen abstrakten Sachen, die ich mal auswendig gelernt habe. Und Gustav Mentsching hat gesagt, Religion ist die erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen und Antworten des Handelns des vom Heiligen bestimmten Menschen. Einen Satz habe ich auch schon ein paar Sendungen mal immer wieder gebracht. Nicht zum Angeben, guck mal, was ich tolles auswendig gelernt habe, sondern weil es einfach so extrem gut ist. Man kann dich den Satz auf der Zunge zergehen lassen. Er macht Spaß. Er ist einfach irgendwie total, ich sage es mal so aus meinem Bauchgefühl heraus, treffend trifft den Nagel auf den Kopf. Und da geht es halt genau darum, dass man das Heilige nicht richtig fassen kann. Man kann es erleben und dann durch sein Handeln darauf reagieren. Und daran erinnerte mich jetzt auch so deine Schilderung, deine Anekdote aus dem wahren Leben. Super interessant. Ich würde jetzt gerne, ja, erzähl mal eine Sache dazu ein. Ein anderer Religionswissenschaftler, Jeffrey Kreipal, ganz großartiger Forscher, der auch viel über Weird-Fiction-Literatur, Comics und so weiter geschrieben hat, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, der besteht auch immer wieder darauf, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Begegnung mit dem Heiligen eben überwältigend ist und nicht nur schön, sondern eben auch erschreckend. Und beschreibt dann auch, dass genau deswegen für solche Begegnungen immer besondere Räume errichtet wurden. Tempel, Tempel, Kathedralen, Moscheen, das sind sowas wie Stationen, wo diese vollkommen übermächtige, große Energie runtertransformiert wird, dass wir ihr hier auf der Ebene möglichst zugänglich begegnen können, dass wir davon nicht komplett zerstrahlt werden. Und neben solchen jetzt tatsächlich architektonischen Räumen gibt es ja auch geistige Räume, da kommt man auf den Bereich oder in den Bereich der Rituale. Deshalb werden ja auch in freimaurischen Tempelarbeiten eine Loge, viele Leute denken, die Loge wäre jetzt das Gebäude, wo Freimaurer sich treffen, sondern die Loge ist im Ritual der geistige Raum und die wird geöffnet und geschlossen oder der magische Schutzkreis. Was es da gibt, also Rituale als auch Sakralbauten dienen eigentlich dazu, uns im geschützten Rahmen und sicherlich auch auf effektive und funktionierende Art und Weise diesem Heiligen zu nähern. Man könnte vielleicht auch von Techniken, der mystischen Techniken sprechen oder okkulten Techniken. Ja, und das ist uralt. Also der älteste magische Kreis, den wir haben, ist vom Neandertaler. Das ist nicht mal Homo sapiens gewesen. Es gibt eine Höhle in Frankreich, wo so ein Kreis aufgebaut ist aus Tropfsteinen, die extra abgebrochen wurden und so errichtet wurden. Das ist uralte Technik und natürlich auch in den Tempeln der Antike und so weiter, auch dass man sich dem nähert auf eine entsprechende Weise, dass vorher gefastet wird, gebetet wird oder so oder bei indigenen Kulturen, in schamanischen Ritualen oder so. Das ist nicht etwas, was so nebenbei geschieht. Das hat was mit einer gewissen, ich glaube, Erfahrung zu tun, dass man seinen Geist entsprechend und auch seinen Körper entsprechend einstellt auf so eine Begegnung mit dem Mysterium Trimendum et Faszinosum. Und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen die Überleitung machen zu unserem nächsten Themenblock. Wir haben jetzt darüber gesprochen, eben über dieses Mysterium Trimendum, dieses schauervolle Erfahren des Geheimnisses. Und das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick dann so ein bisschen komisch erscheinen oder ungewöhnlich, warum ich jetzt diese Kurve mache, aber ich halte sie für wichtig. Wir wollen über Literatur sprechen und speziell über das Genre Horror oder Weird Fiction. Denn Horror ist auch definiert. Horror kommt, das Wort kommt auch aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Schauer, Grausen oder Entsetzen. Und Horrorliteratur soll laut Definition verängstigen, erschrecken, verekeln. Das heißt, Horror als Genre zielt darauf ab, Gefühle in uns auszulösen, die eben diesem Mysterium Trimendum auch näher kommen. Und zusätzlich könnte man dann ja auch nochmal anführen, dass jetzt das Horror Genre interessanterweise sich ja auch oft mit so übersinnlichen Themen und Wesenheiten befasst. Also auch mit eben dieser dämonischen Welt. Es geht um Vampire, Werwölfe, Geisteskranke, Besessene. Also ihr kennt ja, wisst ja, was Horror ist. Also interessanterweise hat es auch von den Protagonisten und Figuren, die im Horror auftauchen, hat es mit dieser religiösen Sphäre zu tun. Und dann zielt es darauf ab, Gefühle auszulösen, die wiederum mit der Erfahrung des Heiligen zusammenhängen. Und das, finde ich, zeigt, dass das Horror Genre oder im Englischen gibt es noch etwas abweichend, weil wir da nochmal spezifizieren werden, dass Weird Fiction Genre äußerst anspruchsvoll ist. Weil ich bin früher durch die Welt gerannt und dachte, Horror ist also noch trivialer als Horror ist vielleicht Slapstick. Und war mir aber lange Zeit gar nicht darüber im Klaren, dass wir es dort mit einem anspruchsvollen Genre zu tun haben, mit etwas, was tatsächlich über den reinen Unterhaltungswert hinaus etwas Sinnvolles mit uns machen kann. Oder wo es sich lohnt, sich damit zu befassen. Ja, sagen wir so, Horror hat natürlich eine extreme Bandbreite. Und da gibt es natürlich viel Müll, keine Frage. Also irgendwelche Blut, Darm, Hirn, Metzelein, irgendwas, das zählt auch als Horror, Slasher oder Torture-Porn. Ja, das ist das, was meiner Meinung nach wirklich uninteressant ist in dem Genre. Aber dann, wenn es so in Richtung kosmisches Grauen geht, wie bei Lovecraft oder Okkulthorror oder so, dann nähern wir uns dieser Sphäre des Numinosen. Und da wird es dann sehr spannend. Da wird es spannend, weil dann Horror oder Weird Fiction ein Genre ist, welches philosophisch ist, welches letztlich ja auch religiös ist, mystisch. Und all diese Themenbereiche irgendwie, mit denen wir uns so als Okkultisten oder religiöse Kunde ja auch befassen, streift. Und du hast schon den Namen Lovecraft genannt. Und Lovecraft gilt eigentlich als der literarische Großmeister des Weird Fiction oder auch Teilbereichen des Horror. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in seine Person, in seine Person oder über seine Person mal so einführen. Wobei jetzt auch das irgendwie komisch klingt. Aber erzähl uns doch mal, wer war Lovecraft für die, die ihn nicht kennen? Warum ist der wichtig oder besonders und warum lohnt es sich, diesen Autor heute noch zu lesen? Tja, man könnte über ihn ganze Sendungen machen wahrscheinlich. Aber kurz zusammengefasst, Howard Phillips Lovecraft, 1890 bis 1937, also er ist nicht besonders alt geworden, wird auch als der Einsehler von Providence bezeichnet. Er ist kaum jemals über Providence hinausgekommen, war sehr ein Kind seiner Zeit, eigentlich eine Pegone. Am liebsten wäre er, glaube ich, so ein englischer Aristokrat gewesen, der einfach, weil er so viel Geld hat, nichts anderes tun muss und sich den schönen Künsten hingeben kann und halt schreibt, weil er das gerne mag. In Wirklichkeit war er ziemlich arm, hat oft gehungert, hatte auch eine schreckliche Kindheit, wurde von seinen zwei Tanten erzogen, wurde in Mädchenkleider gesteckt, ständig. Er war lange Jahre krank, hat auch Heimunterricht erhalten deswegen, hat immer wieder Fieberträume erlebt, wo er in was auch immer für Regionen war und war eben sehr zurückgezogener Einzelgänger. Er hat sich aber ein enormes Wissen angelesen, eben auch viele Literatur, die damals schon etwas fragwürdig war und hat sich auch ein Weltbild angeeignet, das man nicht anders als rassistisch bezeichnen kann, das in seinen Schriften auch immer wieder durchkommt, wobei er das gegen Ende seines Lebens widerrufen hat. Aber er ist also durchaus problematisch und er hat, glaube ich, alles gemacht, um seinen Erfolg als Schriftsteller zu verhindern. Also wenn man ein erfolgreicher Schriftsteller werden will, muss man im Prinzip nur das Gegenteil von dem machen, wie er das so gemacht hat. Er hat ja auch überwiegend, ich glaube, das war so sein Credo, er hat gesagt, Geschichten oder so Horrorgeschichten, Weird-Fiction-Geschichten, die sollen an einem Stück durchlesbar sein, damit sie ihre volle Wirkung erzielen. Deshalb gibt es überwiegend eher so kürzere Erzählungen von ihm und die wiederum hat er zu Lebzeiten, glaube ich, fast nur in Zeitschriften veröffentlicht. Und erst nach seinem Tod wurde das mal zusammengefasst und als Bücher oder gesammelte Werke rausgegeben. Also der war eigentlich, überwiegend muss man sagen, Zeitschriftenautor. Ja, genau. In Pulp-Magazinen, in Weird Tales, eines der, also wirklich so was, was man als Groschenheft oder so bezeichnet. Also es war ein bisschen mehr, aber der Einfachheit halber. Da hat er vor allem veröffentlicht, hat auch für andere Autoren das redigiert, für quasi kein Geld, teilweise dann so umgeschrieben, dass es eh schon mehr seine Geschichte wurde. Er hat seit seines Lebens nur einen einzigen Roman veröffentlicht, Schatten über Innsmouth. Und was typisch ist für seine Schriften, sind diese selbstreferentiellen Elemente, dass er immer wieder Hinweise einbaut auf Geschichten oder Aspekte in Geschichten, die er schon mal woanders geschrieben hatte. Also wie so ein Running Gag oder so ein Universum kreiert. Ein eigenes Universum, genau. Man nennt es den Cthulhu-Mythos, benannt nach einer seiner Hauptgottheiten. Also er formuliert da ein Pantheon, könnte man sagen, wobei das klingt geordnet, das war es nicht, von völlig außerwelllichen, so furchterregenden, überirdischen Wesen, dass allein der Gedanke daran schon fast wahnsinnig machen muss. So eine Schrift gibt es ja auch von den Bergen des Wahnsinns, heißt das, glaube ich, wo es um die Antarktis geht. Vielleicht kannst du uns nochmal, jetzt wo wir über seine Person gesprochen haben, ein bisschen in diese Gedankenwelt einführen und warum das gerade irgendwie horrorhaft ist oder mit der Angst zu tun hat. Also es geht bei ihm um so überdimensionale, außerdimensionale, außerirdische, wie auch immer, Wesenheiten und dämonische Kreaturen. Du kannst das besser erklären. Er war Materialist, er hat spirituelle Dimensionen komplett abgelehnt, interessanterweise, und hat aber immer wieder darüber geschrieben und hat gemeint, das, was den Menschen am meisten beschäftigt, ist die Angst. Und am meisten Angst löst aus, dass das Universum eben nicht geordnet ist. Da gibt es nichts. Es ist reines Chaos. Und seine Götter, die er beschreibt, sind entsprechend auch teilweise abgrundtief böse, teilweise aber komplett wahnsinnig. Und es gibt verschiedene Wesen, die alle nur dafür da sind, die hauchdünne Schicht an wohlgeordnetem zivilisatorischem Fortschritt zu zerstören und die Welt wieder ins Chaos zu stürzen und die beeinflussen entsprechend Menschen, die einen Kult erschaffen um diese Gottheiten, die versuchen, diese Gottheiten wieder heraufzubeschwören, weil sie davon Vorteile bekommen. Das ist so wie ein Teufelspakt quasi, aber dafür, ja, werden sie zerstört, ihre Seelen zerfetzt und was weiß ich. Also es ist, wo du es gerade so sagst, so Seelen zerfetzt. Lovecraft ist ja auch berühmt dafür, für den, ja, fast schon inflationären, aber dafür auch ganz gezielten Einsatz von Adjektiven. Also der, ich habe jetzt leider kein Textbeispiel, aber der beschreibt halt dann Dinge auf eine Art und Weise, wie nur beinahe er das konnte. Ja, und das Spannende ist, es gilt als schlechter Stil, so viele Adjektive zu verwenden. Bei ihm funktioniert es aber irgendwie. Das ist spannend, also man kann sich darüber lustig machen, aber wenn man sich darauf einlässt, nimmt er einen wirklich mit in eine Welt, die niemand bis heute so geschafft hat, zu beschreiben, eine Atmosphäre zu erschaffen, die einzigartig ist, und die, die meiner Meinung nach davon zeugt, dass er tatsächlich Einblick hatte oder Kontakt hatte mit Bereichen, die er für sich abgelehnt hat, aber die in gewisser Weise real sind. Spannend ist ja, dass er, obwohl er ein Einsiedler war, extrem viele Kontakte hatte zu anderen Schriftstellern. Ja, das ist dieser berühmte Briefwechsel, den er hatte, also der war... Er hat ein bisschen mehr Briefe geschrieben als Kurzgeschichten oder... Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber nochmal für die Zuschauer, in dieser Zeit, in der er lebte, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da haben Leute sich gerade gelehrt und Intellektuelle unheimlich lange Briefe geschrieben. Es gibt zum Beispiel ein ganzes Buch, das ist der Briefwechsel zwischen C.G. Jung und Sigmund Freud, das habe ich mal gelesen als Beispiel. Und der Lovecraft war halt auch so ein Briefeschreiber, der stand da richtig in Korrespondenz mit mehreren intellektuellen Freunden. Und so ein Brief von Lovecraft, der konnte mal 70 Seiten haben. Und da hat er dann über philosophische Themen, sozialpolitische, geschichtliche und so weiter und so fort, irgendwie mit diesen Leuten referiert. Und daher wissen wir halt eben auch, dass er so gewisse rassistische Weltbilder vertreten hat, weil er da in seinem Briefverkehr dann auch drüber debattiert hat. Ja, auch in seinen Geschichten kommt es teilweise sehr offen vor. Ja, ja. Und das Spannende ist, das nannte sich dann auch der Lovecraft Circle. Also es haben sich wirklich viele andere Schriftsteller und Fans so gebildet und die haben sich gegenseitig befeuert und haben auf seinen Ideen aufgebaut und eben diesen Cthulhu-Mythos weiterentwickelt. Da sieht man auch schon seinen Einfluss. Er selber hat, wie gesagt, nicht so viel. Also auch bis heute, sein Werk ist überschaubar. Also es sind ein paar Bücher, die kann man recht schnell lesen. Aber sein Einfluss dann auf viele andere Autoren und wie er sich dann weitergetragen hat, das kann man gar nicht überschätzen. Das ist, also die heutige Weird-Fiction- und Horrorliteratur wäre ohne Lovecraft nicht denkbar. Er ist in gewisser Weise so der Großvater. Ja, so wie viel Freud für die Psychologie vielleicht. So einer, den man nicht wegdenken kann. Ja, ja, in gewisser Weise, ja. Mir fällt übrigens, weil du jetzt Jung erwähnt hast, noch ein, warum die Auseinandersetzung mit der Angst so wichtig sein kann. Von Jung stammt ja das Konzept des Schattens als Archetyp. Alles das, was wir nicht wahrhaben wollen an uns selbst, dass wir in den Schatten des Bewusstseins drängen und bei uns selber nicht sehen, aber bei anderen sehr wohl. Das ist das, was uns dann bei anderen extrem stört, dass wir an anderen verurteilen oder, dass wir an anderen bewundern. Ja, weil das gehört auch zum Schatten. Das, was so gut können, wäre ja nicht sein. Auch das projizieren wir dann auf andere. Aber eben gerade dieser dunkle Aspekt des Schattens, der löst Angst aus. Es gehört aber zur Ganzwertung oder wie Jung das genannt hat, zur Individuation dazu, diese Schattenaspekte zu integrieren. Und die erscheinen uns zuerst beängstigend, bis wir sie als zu uns gehörig anerkennen und integrieren. Und gerade da sind eben solche guten, anspruchsvollen Horrorwerke, egal ob Literatur oder Film oder so, wirklich spannend, weil sie uns auch aufzeigen können, wo bei uns was im Schatten liegt. Das finde ich sehr interessant in Verbindung mit dem, was du gesagt hast, wenn jetzt in Weird Fiction und Horror dann so allerhand Wesenheiten auftauchen, Dämonen, Geister, ihr wisst so, was ich meine, Horrorgestalten halt, ob es dann vielleicht im Sinne der Jungschen Schattenarbeit darum geht, diese geistige Welt, die ich ja auch durchaus als, ich bezeichne mich jetzt mal als Okkultisten, für real halte, diese Welt in unser eigenes Weltbild zu integrieren. Denn die löst ja auch nur so lange Angst aus, solange sie eine Projektionsfläche für Negatives ist. In dem Moment, wo wir sie annehmen, angstfrei annehmen, sind dann gewisse Wesenheiten gar nicht mehr gruselig. Man kann dann damit leben, dass sie halt existieren, dass man gegebenenfalls mit ihnen arbeiten muss. Stichwort Magie, Stichwort Umgang mit Besetzung. Aber der Horror wäre dann entzaubert. Also er wäre dann nicht mehr Horror. Insofern ist vielleicht ja auch Horror und das Erschauern und sich Gruseln eine Art der Schattenarbeit, eine Art, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen und die Grenze des Horrors zu verschieben. In gewisser Weise, ja. Sag mal so, das Erschauern ist noch nicht die Schattenarbeit. Es ist ein Anzeichen dafür, hier könnte Schattenarbeit geleistet werden. Sagen wir mal so. Kannst du uns was darüber erzählen? Das würde ich nochmal abschließend zu Lovecraft gerne näher hören. Der Begriff Necronomicon. Das kommt ja immer wieder vor, wenn man von Lovecraft hört. Was hat es damit auf sich, Bernhard? Ja, das ist eins dieser selbstreferentiellen Dinge, die er liebend gern eingebaut hat. Das Necronomicon, das Buch der Toten Namen, ein Grimoire, das vom wahnsinnigen Araber Abdul Al-Hazred geschrieben wurde und bevor er dann von etwas Unsichtbarem verschlungen wurde vor alle Augen und weiter tradiert wurde. Es gibt nur noch wenige Übersetzungen. Dieses Buch, auf das nimmt er immer wieder mal Bezug. Es gibt nur noch ganz wenige Exemplare in irgendwelchen geheimen Archiven und so. Er beschreibt auch andere magische Bücher. Nochmal kurz zum Verständnis. Das Buch gibt es nicht wirklich, sondern in seiner Fantasy-Welt tut er so, als gäbe es dieses Grimoire, dieses Fachbuch zur Dämonologie und baut das immer mal wieder so ein, wie so ein Mythos. Genau, ganz genau. Und eben, wie gesagt, auch wie andere Bücher oder die unaufsprechenden Kulte und so. Aber das Necronomicon ist das Berühmteste. Und er beschreibt die Historie des Necronomikons so gekonnt und verwebt es so gut mit historischen Dingen, dass viele geglaubt haben, das wäre echt. Dazu beigetragen hat er dann auch noch, dass ein gewisser Simon, ich glaube in den 70er Jahren, ein Necronomicon veröffentlicht hat, wo er auch Anrufungen drinnen hat, Dämonensiegel und Texte, die so altbabylonisch sind irgendwie, das als magisches Grimoire tatsächlich funktioniert. Bis heute streitet man sich drüber, wer dieser Simon ist. Viele meinen, Peter Lavender stünde dahinter. Er selber meint, nein, er ist nicht Simon, aber er kannte Simon. Man weiß es nicht. Deswegen wird in der Magie auch vom Simonomicon gesprochen, um das zu unterscheiden. Und ich kenne Magier, die damit arbeiten, also die das tatsächlich als Ausgangspunkt für Rituale benutzen. Aber das Necronomicon von Lovecraft, das ist Fiktion. Allerdings eine Fiktion, die in unsere Realität hineinreicht. Die Frage, wie fiktiv ist denn dann sowas, wenn man das so, ja, ist die Frage, erschafft als Autor oder vielleicht als Autonom beschreibt oder umschreibt. Ich würde jetzt gern nochmal auf ein neues Thema eingehen, was aber mit Lovecraft zusammenhängt, nämlich mit der Frage, gibt es noch andere Autoren, die in so eine Richtung gehen, die ein bisschen vergleichbar diese geistige Welt des Horrors vielleicht beschreiben. Und da gibt es vor allem im deutschsprachigen Raum. Und da habe ich jetzt vor kurzem ein total gutes Hörbuch mir abends zu Gemüte geführt. Ich kann es nur empfehlen, der Farm von Saint-Méphie, von einem Autor, ein deutschsprachiger Autor Robert Grains, jemand, der auch zum Freundeskreis von mir und Bernhard gehört, über den wir als Autor das halt dadurch ja auch ein bisschen, ja, fundierter vielleicht sprechen können, weil wir so sein Gedankengebäude kennen. Und das ist eben jemand, der Weird Fiction schreibt in deutscher Sprache. Und gerade in diesem Werk, der Farm von Saint-Méphie, geht das ganz stark auch so ein bisschen in diese Lovecraft-hafte Richtung. Es geht um ein spirituell-gnostisches Weltbild. Und es ist eine Art Einweihungsgeschichte, könnte man so sagen, unheimlich anspruchsvoll. Also auch wieder mal so ein Fall, wo ich sage, dieses Genre hat halt viel mehr zu bieten, als man so als Laie denken könnte. Und es geht vor allem um den Kontakt mit Wesenheiten und Besetzungen. Robert Grains selbst nennt sie die Einnistlinge. Ja, total spannend. Du kennst das Buch oder ja auch eben das Hörbuch auch. Was fällt dir dazu ein? Was gibt es da zu sagen? Also um mal ein bisschen auch auf deutschsprachige Literatur zu sprechen zu kommen. Dieses spezielle Buch habe ich noch nicht gelesen beziehungsweise gehört. Aber ich kenne andere Geschichten von ihm. Er ist jemand, der, und das mag ich sehr, in der heutigen Zeit wirklich einen Stil schreibt, der sehr an Lovecraft angelehnt ist, aber trotzdem eben seine Eigenständigkeit entwickelt hat. Viele Autoren schreiben Lovecraft pastiches. Es ist recht leicht, Lovecraft zu kopieren oder ja, dann darauf aufzubauen. Das haben viele gemacht, das kann man. Manche machen das sehr gut. Es gibt auch ganz berühmte wie Neil Gaiman oder was, der auch im Lovecraft-Universum geschrieben hat. Aber viele verlieren sich dann auch sehr schnell oder tappen in Fallen. Und Robert Grains macht das nicht, finde ich. Der entwickelt da eben wirklich seine eigene Kosmologie in seinem eigenen Stil. Und ich finde es eben total schön, dass es Hörbücher gibt dazu. Weil gerade bei Lovecraft oder diesem ist die Sprache, der Rhythmus, der Tonfall ganz wichtig. Gerade auch diese Adjektivitis, die da immer wieder durchkommen. Und Robert Grains hat ja einen Sprecher, der diese Stimmung, um die es da viel geht, wirklich großartig transportiert. Ja, ich werde euch auf jeden Fall nochmal hier unten auch den Link zum Hörbuch einblenden. In der Videobeschreibung findet ihr das auch. Aber warum ich darauf zu sprechen komme, ich fand dieses Hörbuch oder auch das Buch als solches so interessant, weil es praktisch Munition im spirituellen Kampf unserer Zeit liefert. So könnte man das sagen. Es geht nämlich um eben dieses metaphysisch-gnostische Weltbild, aber auch um in der Verbindung. Oder das zeigt er halt eben so gekonnt auf zum Transhumanismus und den Fragen unserer Zeit gepaart mit einer Einweihungsgeschichte. Und das Ganze dann noch in eine unheimlich schöne, tief und anspruchsvolle Sprache verpackt, dass man hier wirklich von so einem leider noch unbekannten Meisterwerk sprechen kann. Das hat mich doch ziemlich bewegt, weil er in diese Einweihungsgeschichte gekleidet, wo über mehrere Tage ein Protagonist, ja, ich will jetzt nicht den Inhalt zu sehr spoilern, aber ein Protagonist diese Einweihung durchläuft. Und das Ganze kommt dann in so einer, ich sag mal jetzt normalen Handlung, wie man sich das bei einer Erzählung auch vorstellt, daher, ist aber eben gepaart mit ganz vielen metaphysischen Einsichten. Und ich spreche bewusst von Einsichten, weil das ist eben dieser Punkt, wenn ein Autor sowas schreibt, dann könnte man annehmen, das ist halt Fantasy, der denkt sich was aus. Aber ich denke, hier haben wir es wieder, ähnlich wie bei Lovecraft mit jemandem zu tun, der etwas, was er erfährt, beschreibt. Und das ist unheimlich schwierig, wenn man diese Welt geistiger Wesenheiten, die gnostische Welt, wenn man all das irgendwo erfährt und eine Ahnung davon hat, das wiederum in Worte zu fassen, das macht eben den künstlerischen Wert aus. Und das sehe ich eben bei diesem Hörbuch oder Buch so unheimlich gut gelungen, Dinge und Szenerien, Welten zu beschreiben, die kaum beschreibbar sind, wo wir auch eben an dieser Grenze zum Wahnsinn uns bewegen. Und er hat da teilweise so Worte drin, die finde ich einfach total spannend. Es geht irgendwann mal auch um die Saturn-Sphäre und dann schreibt er von der Thronwelt des ersten Ketzers. Das ist ein Satz, den habe ich gefeiert, die Thronwelt des ersten Ketzers. Das ist natürlich Lucifer, aber das ganze Buch ist voll mit so schönen, sprachlich wirklich schönen, ästhetischen, tiefen Sätzen. Insofern hat es mir, obwohl es auch schwieriger Stoff ist, unheimlich viel Spaß gemacht, mich damit so auseinanderzusetzen, weil man solche Gedanken dieser Tiefe sonst auch eher in philosophischen oder religionswissenschaftlichen Büchern vermuten würde. Und was ich halt heute mal so aufzeigen möchte, wollte auch, ist, dass es halt eben auch Prosa gibt, wo das enthalten ist. Klar, weil wenn es um Goethe oder so geht, wissen wir das auch. Ist jetzt nicht ganz neu, aber eben auch zeitgenössische Dinge oder aus Genres, wo man es nicht erwartet, wie Horror oder Weird Fiction. Wenn es jetzt um klassische Dramen geht, ja, das haben wir schon in der Schule gelernt, das ist anspruchsvoll, da ist viel drin. Oder Opern oder so. Aber eben halt auch diese Genres, die ja auch einen Unterhaltungswert haben. Das darf man ja nicht vergessen. Horror ist ja alles, aber eigentlich nicht trocken oder Weird Fiction, sondern man kann das lesen, es unterhält einen und gleichzeitig transportiert es eben so viele Antworten oder Bilder aus dieser metaphysischen Welt, gibt Antworten auf Fragen unserer Zeit. und das finde ich hier unheimlich gut gelungen. So ein anderer Satz, der von dem Robert Grains stammt, ich weiß gar nicht, ob der im Buch steht oder ob er mir den mal gesagt hat, ist, fand ich auch so genial, Angst ist eine spirituelle Währung. Und da haben wir natürlich auch wieder so diesen Bogen zu unserem Thema und warum ist Angst eine spirituelle Währung? In dem Buch der Fahrt von St. Murphy geht es halt auch viel um Besetzungen und um Wesenheiten. Man könnte sie so in der modernen, gnostischen Sprache als Achonten und ähnliches bezeichnen, die sich nähren. Die sich nähren von unseren Emotionen und eben halt unter anderem vor allem auch von der Angst. Und Bernhard, vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, weil mit dem Thema Besetzung und so Wesenheiten, was auch immer Besetzung sind, die sich von Angst nähren. Da kennst du dich ja auch aus und hast das eine oder andere zu erzählen. Ja, das ist etwas, was, glaube ich, so ein Allgemeinplatz ist inzwischen, dass wir gerade dadurch, dass wir in Angst verfallen, Tür und Tor öffnen für Wesen, Energien, Qualitäten, die sich davon ernähren und die deswegen auch immer wieder Angst schüren. Wenn ich als Magier mit Besetzungen arbeite, ist es eben für mich unerlässlich, möglichst neutral zu bleiben, mich nicht einschüchtern zu lassen, weil das kann manchmal schon sehr gruselig wirken. Das ist eben genau das, was diese Wesenheiten können und sich da nicht beeindrucken zu lassen, so neutral zu bleiben und sagen, okay, ja gut, dann wirst du mich und all meine Nachkommen verfluchen und ja okay, aber jetzt haben wir was anderes zu besprechen. Also, das ist eine gewisse Dreistigkeit, die man da auch an den Tag legen muss, wenn man es mit solchen Wesen zu tun hat. Dreistigkeit heißt nicht Unvorsichtigkeit oder Fahrlässigkeit. Das ist schon ein, es ist eine Gratwanderung. Ich vergleiche es immer ein bisschen wie mit mit diesen speziell geschulten Verhandlern bei Geiselnahmen, die bei einer Spezialeinheit sind und die möglichst ruhig deeskalierend eingreifen mit dem Geiselnehmer verhandeln, auch vermitteln, dass sie ihn verstehen, dass sie bis zu einem gewissen Grad auf seiner Seite sind und einfach nur dafür da sind, dass jetzt allen Beteiligten möglichst gut geht und den so ungefähr mit dieser Haltung gehe ich an Besetzungen dann, wenn ich mit diesem Wesen kommuniziere. Weil sobald man in die Falle tappt und in ihr Spiel einsteigt und diese Angst mitmacht, ist vorbei. also ja, das ist eine bestimmte Haltung, die nicht leicht zu kultivieren ist. Ich finde es auch interessant, weil was du ja beschreibst, ist ja im gewissen Sinne auch eine rituelle Haltung und das ist eine Art von Ritualarbeit und so wie ja auch, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass Sakralbauten mit den Ritualen auch verbunden sind und so im gewissen Sinne ja auch diese Weird Fiction Literatur, denn die hat funktioniert ähnlich auch wie, teilweise wie ein Ritual. Es kommt also auf die Lesart drauf an, also gerade jetzt bei dem Pfad von Saint-Méphie ist mir eigentlich so beim Lesen klar geworden, das beschreibt auch im gewissen Sinne ein Ritual, wenn man den Text, der vieldeutig ist, auch auf die richtige Art und Weise versteht oder den Zugang dazu findet und irgendwo verschwimmt das dann? Ist Weird Fiction auch rituelle Literatur? Könnte man das so sagen? Ja, da komme ich wieder zu Jeffrey Kripold zurück, der in einem Buch namens Mutants and Mystics das ganz genau beschrieben hat sogar. Der hat Pulp-Literatur, Science-Fiction-Geschichten, Superhelden, Comics und Weird Fiction als Religionswissenschaftler untersucht und hat eben diese oft verschmähte Literatur wie religiöse Texte gelesen und beschreibt, dass das Lesen an sich ja was macht mit unserem Bewusstsein und dass diese Literatur über über die Jahrzehnte tatsächlich eine Art Einweihungsweg vorzeichnet. Also allein darüber könnte man auch wieder eine eigene Es wäre ja auch interessant, wenn jetzt solche Weird Fiction Erzählungen wie bei Lovecraft oder dem Robert Grains wenn das letzten Endes in einem gewissen Sinne sakrale Literatur ist, entschleiert sich hier vielleicht oder materialisiert sich hier ein Kult der Zukunft eine spirituelle Zukunft in literarischer Form vielleicht oder zeitgenössisch weil diese Texte ja auch eben Bezug nehmen auf diese zeitgenössischen Themen wie den Transhumanismus und gerade beim Fahren von Saint-Méphie die Erzählung enthält auch eine Warnung für unsere Zeit für die Menschheit in welche Richtung sie sich fehlentwickelt und womit das zusammenhängt wenn wir über diese Ebene der Einnistlinge oder Achonten oder Besetzung sprechen aber ich will nicht zu viel Inhalt spoilen sonst mache ich euch das Hörbuch kaputt wenn ihr euch das anhört und nehme die Spannung raus was auch noch interessant ist und sicherlich für unsere Zuschauer wo wir jetzt das eben über diesen Weg der Literatur gestreift haben das Thema Besetzung Umgang damit Magie Bernhard du bist ja nicht nur theoretischer Gelehrter würde ich jetzt so mal behaupten ich darf ja so über dich sprechen voller Lob für diese Themen sondern vor allem bist du ja Praktiker du beschäftigst dich praktisch mit Magie seit lang mit Mythomagie und du unterrichtest auch und vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen von deiner Magie Schule und deinen Seminaren erzählen und was du dort ja dann den Schülern vermittelst auch im Umgang eben mit diesen Themen über die wir heute gesprochen haben ja gerade die Beschäftigung mit Geschichten und wie Geschichten auf unser Bewusstsein wirken und damit Realität verändern hat mich ja dazu gebracht diese Mythomagie zu kreieren das ist dann der Höhepunkt und Abschluss meiner Ausbildung aber es zieht sich schon von Beginn an durch also ich biete eine Online-Magie Ausbildung an die 16 Wochen dauert und in der Gruppe in einer überschaubaren Gruppe absolviert wird mit regelmäßigen Zoom Meetings auch wo man sie austauscht kennenlernt das bespricht und ein Zertifikat machen kann und alles da geht es wirklich um eine Art von ich sage immer Führerschein machen im Bereich Magie also dass man so viel Wissen und Praxiserfahrung hat um dann selbstständig daran teilnehmen zu können das heißt noch nicht dass man deswegen Formel 1 Fahrer ist aber man kann dann eigenständig und verantwortungsbewusst teilnehmen am Straßenverkehr sozusagen das ist der Hintergrund die Fähigkeiten des eigenen Bewusstseins so kennenlernen und einsetzen lernen dass das was wir sowieso ständig machen nämlich Realität gestalten bewusst und zielführend eingesetzt werden kann und da ist eben Schattenarbeit ein Thema das von Anfang an sich durchzieht viele wollen wenn sie Magie ich lasse mich Dämonen beschwören Moment die Dämonen hast du ja wahrscheinlich schon die müssen nicht beschworen werden vielleicht eher gehandelt werden ja schauen wir mal deine zuerst mal deine eigenen Schatten an damit je besser wir das im Griff haben umso wirklich schlussfreier kann das auch wirken das heißt es ist ganz viel Illuminationsarbeit dabei praktisches Zaubern auch aber immer mit diesem Hintergrund auch wo wozu mache ich das und da geht es schon also klar es sind die ganzen Basics drinnen wie Rituale überhaupt aufgebaut sind wie das mit Erdung und Schutz und Bannung und Schwellenübertritt funktioniert Trance und Sigillenmagie kommt vor Talismane Ritual Gegenstände Opfergaben Kraftplätze aktivieren Runenkunde Außersinnliche Wahrnehmung Trainieren Kontakt zu Spirits von Ahnen über Naturgeist und persönliche Begleiter Heilige Engel Gottheiten Servitoren die Grimoire Tradition das kommt alles drinnen vor und Gipfern tut es dann eben in der Arbeit mit Geschichten die eigene Geschichte tatsächlich neu zu schreiben wenn man verstanden hat wie diese Wechselwirkung ist mit der Sphäre der Geschichten dass da auf metaphorische Weise etwas vorgezeichnet wird das sich dann in unserer Ebene auswirkt dann kann ich auf der Ebene das ganz gezielt umschreiben und dazu leite ich dann eben auch an eine Schnittstelle dazu zu errichten um dort handlungsfähig zu werden in dieser imaginablen Ebene das ist dann das ist die Mythomagie das ist etwas was ja die Faszination dafür die lässt nicht los würde ich nochmal gern ja also erstmal total toll dass du das machst und für Leute die es interessiert wir blenden mal den Link ein von Bernhards Magie Schule wo ihr euch da auch nochmal näher informieren könnt aber worauf ich nochmal kurz zu sprechen kommen möchte weil es total spannend ist auch für unsere Zuschauer jetzt aus der praktischen Arbeit mit Magie und Besetzung aber auch aus der Literatur wenn wir jetzt an Lovecraft oder Grains oder solche Autoren denken da werden ja auch so Wesenheiten mal beschrieben Lovecraft wie gesagt beschreibt sie ja auch mit unendlich vielen krassen Adjektiven aber du hast da auch Erfahrung warum werden diese Wesenheiten wenn sie wahrgenommen werden in so monströser Gestalt oft gesehen ich glaube bei Lovecraft gibt es ja oft diese tintenfischartigen Wesen es ist ich habe da auch meine Erfahrung ich habe auch schon so Dinge gesehen die interessant waren sage ich mal so oder merkwürdig das merkenswürdig wie wie erklärst du dir das dieses monströse oder naja es es gibt unterschiedliche Bereiche in der Anderswelt die alte Bezeichnung für den Bereich wo eben diese Schreck gestalten sich aufhalten ist die niedere Astral Ebene oder so wobei ich so eine hierarchische Darstellung nicht so gern mag ich sehe das eher so wie eine Landschaft und da gibt es eben sagen wir mal so wenn du wenn du in den Dschungel gehst da gibt es alles mögliche an Fauna und Flora und manches wirkt für unsere Augen bizarr und grotesk manches davon ist für uns schädlich giftig manches ist heilsam manches ist auch schön denken wir jetzt an irgendwelche Vögel mit schönem Gefieder oder so ja klar die Blumen was weiß ich ja und dann gibt es einen Jaguar der ist schön und gefährlich ganz genau der ist Numinos der ist oder auch bei uns jetzt ja ich meine es gibt jetzt nicht viele Giftschlangen in unseren Bereichen aber vielleicht das das gefährlichste was es bei uns im Wald gibt ist die Wildschwein Mama die ihre Frischlinge schützt die ist nicht böse in einem moralischen Sinn aber wenn du dich mit der anlegst bist du einfach selber schuld und wenn die dann angreift dann wirst du sie als monströs erleben ja vielleicht muss man sich dessen tatsächlich klar sein dieser Vergleich mit dem Dschungel oder dem Wald für eben diese geistige Welt finde ich sehr treffend es gibt anziehendes und abstoßendes schönes und hässliches groteskes und vieles ist nicht in dem Sinne schlecht es ist schlecht wenn ja wenn es für uns schädlich ist interessant wäre noch auf den eben wenn wir über ein Nistling oder Besetzung sprechen auf diesen schmarotzerhaften Charakter auch zu sprechen zu kommen ähnlich wie es Parasiten und Schmarotzer in der Natur gibt es sie auch in der geistigen Welt und ich glaube das sind auch teilweise diese dunklen Wesenheiten die in solchen Erzählungen beschrieben werden von solchen Autoren klar die sind natürlich spektakulär die geben viel her es ist für uns oft einfacher über etwas zu schreiben wo es beinahe schief gegangen ist das ist interessant alles Friede Freude Eierkuchen ist keine Geschichte also deswegen je spektakulärer und dramatischer umso lieber hören wir davon auch wobei ich ja soweit gehe auch Geschichten als Lebewesen als bewusste Entitäten zu betrachten und auch Geschichten können besetzende Wirkung haben wir können von Geschichten besessen sein von der Geschichte du hast Gnostik erwähnt ich habe die Welt durchschaut ich bin aufgewacht ich weiß jetzt was gespielt wird das ist eine Geschichte die wirklich eine Art Obsession erzeugen kann oder eine Geschichte die sagt Jesus ist für uns gestorben und alles andere ist ein Irrglaube alles das sind letztlich Geschichten die uns so formen und so prägen dass wir uns gar nicht mehr dessen bewusst das ist die Macht des Mythos ja ganz genau ganz genau deswegen also und Geschichten können ganze Kulturen prägen und oder sind die Grundlage meiner Meinung nach sind Geschichten die Grundlage der Grundbausteine der Realität deswegen mit ihnen mit Mythen Märchen dem ganzen Magie zu betreiben da wird es dann eben sehr umfassend und spannend und das ist glaube ich vielleicht auch ein sehr schönes Schlusswort für unsere Sendung Mythen Geschichten als Bausteine unserer Kultur und ja Bernhard vielen Dank für das Gespräch vielen Dank für deine Zeit liebe Zuschauer wie gesagt ich zeige es nochmal das hier ist das Buch der Fahrt von Saint-Morphy aber ich empfehle euch vor allem das Hörbuch Link blende ich ein hört euch das mal an das ist wirklich weird Fiction vom allerfeinsten gerade für auch Lovecraft Fans und Leute die sich gern gruseln die werden da auf ihre Kosten kommen und ich sage gerade die Munition für den metaphysischen Kampf unserer Zeit die da geliefert wird macht es interessant der nächste tipp wie gesagt kramt Lovecraft wieder aus wer ihn nicht kennt oder noch nicht gelesen hat beschäftigt euch damit und wer sich mit praktischer Magie befassen möchte schaut euch mal Bernards Website an und seine Ausbildung und Kurse und alle von euch die weiterhin informiert werden möchten über so spannende Themen guckt mal und abonniert den Kanal reicher und stark von Bernhard und umgekehrt schaut mal auf meinem zum Pfad von St. Murphy gibt auch eine Hörprobe auf dem YouTube Kanal von Robert Grains wo seine Geschichten in vertonter Form zu hören sind den Link blende ich auch ein da könnt ihr mal reinhören wenn ihr euch das vielleicht noch nicht kaufen wollt so und ansonsten ist jetzt auch glaube ich alles gesagt für heute ihr habt ein ganzes Paket an neuen Themen und Bereichen wo ihr euch informieren könnt reinschnuppern könnt und ich hoffe euch hat diese Sendung ganz viel Spaß gemacht mir auf jeden Fall schon ich liebe es ja Themen miteinander zu verknüpfen die auf den ersten Blick nicht zusammen gehören Weird Fiction Horror Literatur Religionswissenschaft der Angstbegriff Magie Psychologie und das mal alles irgendwie in einen Topf zu werfen und rumzurühren in dem Sinne liebe Leute ciao und bis bald die Welt ist magisch und bis